Wir spielen Locker nur dann, wenn wir irgendwie ungünstigerweise rausgeflogen sind und deswegen 8 Minuten Sperre oder sowas haben. Dann spielen wir mal schnell Locker, um die Zeit zu überbrücken, aber sonst nur Ranked. Du bist sonst so in der Map drinne, bei Locker, und dann ist vorbei. Und bei Ranked hast du halt einfach mehr Runden. Das macht viel, viel mehr Laune. Geisel! Du, 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 du. Vollgas in die Baustelle... Ach ne, erst Rundfahrt. Aber dieses lange Warten immer zwischendurch. Hier ist doch kein Wunder, dass man zum Kettenraum geht. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Hm. Und das ist nix, ja. Ja, doch. Bis unten. Bis unten. Basement. Wie der geneigte Amerikaner so gerne sagt. Geisel gesichtet. Juhuhuhu. Geisel hat sie ins Keller. Das wird ein riesen Spaß. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ah ja. Ja, schön, dass er hier vorne alles abscannt. Er könnte uns noch mal die Tür zeigen, danke. Ja. Oh, du bist doch im Spaß. Boah. So. Hä? Wo war der denn? Bin ich vollkommen blöd? Den hab ich überhaupt nicht wahrgenommen. Hebeli, der hat so ein lustiges Loch. Oh Mann, den hab ich überhaupt nicht gesehen, den Typen. Ey, du bist auch schon hin, oder was? Ja. Ja. Splittergranate scharf. Werfe Splittergranate. Werfe Splittergranate. Ja. Ein riesiges verdammtes Loch. Kommt sofort. Nicht die Geisel, nicht die Geisel. Er schießt die Geisel. Oh doch. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Rechts ist einer drinne. Vorsicht, Patrick. Zu spät. Oh, ich hab mich noch auf den da hinten konzentriert. Oh ja. So ne Scheiße. Ich hab mich voll gefreut auf diese Map. Aber diese erste Runde versaut es mir total. Aber das hat der pfiffig gemacht mit dem kleinen Loch, oder bist du nicht bei dem gestorben, Hilly? Ah ne. Bei dir war da ja schon kein Loch mehr. Ich hatte da ja schon weggesprengt. Das war wirklich pfiffig. Der hatte ein klitzekleines Loch hinter dem Generator gemacht. So dass man es nicht mehr kommt. Ich bin mir nicht mehr. Zeit für einen wirklichen Shots. Wandbefestigung beendet. Jemand was nicht zu soll. Was? Jemand was du nicht zu haben willst. Alles. Mach nicht alles. Außer die Tür hinten zur Baustelle. Die muss aufbleiben. Jetzt können sie gar nicht mehr. in die Bärenfalle. Weil ich bin hier die ganze Zeit. Ah. Weil ich mach das folgendermaßen. Ich stell hier mir ein Schild hin. Ich leide noch 10 Sekunden. Dann wichse ich die weg. Ich leide nach. 5 Sekunden. Stör sind da bereit. Achtung. Die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel. Jau. Da kommen sie schon. Lege Willkommensmann aus. Das sind sie. Hä? Die sind aber nicht hier reingelaufen. Beigelaufen nur. Ja. Ja. Doch. Eine Tussi kommt. Okay. Ist weg. Das Gerät ist vorbereitet. Und wo kam das denn gerade? Der Deckel bei mir ist auf. Bein Deckel sind offen. Hä? Oh die Treppe kommt jetzt einer runter. Oh man. Ist das eine Ablenkung. Gut machen die das. Treppe kommt runter. Wo war der? Oberm Loch. Doch. Ein Gegner. Schön. So. Aber wenn man sich die Level von denen anguckt, dann sind das schon alles Leute, die schon ein bisschen länger gespielt haben. Und vor allem der Marty. Der ist irgendwie 160 oder so was. 140. Ich weiß gerade nicht. Oh man. So. Neuer Versuch. Ach ne. Wir hatten Waschküche nicht geschafft. Das heißt sie sind jetzt woanders. Tipp ich mal auf Elternschlafzimmer oben. Oder Kinderschlafzimmer ist es hier. ne. 155. Level 155. Aber er hat ne schlechte KD. Der Mobo Snigsort hat ne gute KD. Ja ne. Die anderen sind eigentlich zu schaffen. Aber die beiden sind gefährlich. Von den Werten her. Von den Werten. zu finden. Ich hab immer Schiss. Wenn Leute über Level 100 sind, dann haben die schon zu viel gespielt. Dann ist es egal welchen Rang die haben. Aber alle über Level 100. Die sind gefährlich. Ne. Dafür tust du dich. Überhaupt nicht. Doch. Dafür tust du dich. Ich bin über 100. Oder 100. Ziel entdeckt. Erster Stock. Doch guck mal wer Level 100 ist. Der hat doch mindestens auch knappe 100 Stunden, wenn nicht sogar mehr reingestellt. Naja. 10 Sekunden. Das heißt trotzdem nicht, dass ich treffen kann. Da reicht nur viel Zeit. Weil es mir Spaß macht. Noch 5 Sekunden. Ja okay. Du bist jetzt auch Level 100 oder was? Ja. Geisel gesichtet. Aber jemand der Level 100 ist, kennt halt schon die, also der kennt einfach die verschiedenen bösen Actions, weißt du? Ja du kennst die Maps zumindest. Das stimmt wohl. Das hilft. Jetzt. Hast du mich gerade? Nee. Nee. Weil du genau im selben Moment gestielst. Der wollte mich doch verarschen. Was ist mit euch los? Ich habe das Fenster und der steht direkt davor und schießt mir. Deswegen haue ich keine Fenster auf, Alter. Deswegen werden die aufgeschossen. Nee der ist gerade rausgerannt, rüber zum anderen Schlafzimmer. Hm. Ja da ist er wieder. Ja da ist er wieder. Hä? Dann waren es 2. Guck mal der ist nämlich gerade angekommen, der andere ist rüber gelaufen. Die müssen sofort tuff sind. Ja die sind, die sind schon ganz schön hart hier die Jungs, sag ich doch. Mein Silber. Ah mach dir jetzt raus, kriegst du wieder. Der Hillbilly kämpft auch schon ewig daran, dass er endlich mal auf Silber kommt. Da hat jemand Diamant abgeworfen. Ja das war echt am frechendsten, ne? Hm. Ach ja. Ich bin verspannt, Junge. Du musst mich mal massieren, Hilly. So wie das immer beim Virus gemacht hast. Den Augen behältigen. Die Geisel muss gesichert werden. Jetzt flamet er auch noch. Meint er mich? Das hat er nicht gesagt. Ich bin nicht Gold. Ja meint er mich. Das Gerät ist in Position. Zehn Sekunden noch. Ziel gefunden. Nur noch fünf Sekunden. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Ich habe die Feinde gesichtet. Die kommen alle von der anderen Seite. Juni, da kommen sie direkt. Ei, 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 ei. Oh scheiße, bin ich hier sowas von falsch? Oh scheiße, bin ich hier sowas von falsch? Was ist denn? Nee? du bist da oben, ne? dann gehts da oben, ne? incture, ne? Du bist da oben, ne? Komm mal rüber Ach, am Großen Mensch, der Mensch Der ist, der ist auch, der liegt, der liegt Scheiße, war draußen nicht drin Ja, aber dem wird er jetzt helfen Ah, wieder ein Schild Scheiße Kassenstil Oh, er hat sogar die Geisel angeschossen Oh, Scheiße Oh, Mann Das kann doch nicht wahr sein Also jetzt läuft's echt nicht rund Oh Ah, die treffen gut, hast recht Das wäre ein Traum gewesen, wäre der in die Falle versehen, ich ihn wieder reingeknallt Naja Na ja Schade, ich dachte, er killt die Geisel Manchmal sind die ja so gitterig, ne, auf die Drohnen, das ist manchmal so schön Noch 10 Sekunden Würde ich sagen, gehen wir über diese Toren Noch 5 Sekunden Leider kann man hier nicht ping Man kann da oben sagen Man kann da oben sagen Geisel entdeckt Sind du? Ein paar bereit Juni, guck mal dahinten, das ist eine ganze Wand für dich, die du aufsprengen kannst два hin da in diesem Bereich da in diesem Bereich Oah, einer Schraus einer Abik einer Abik Zeit wird das Krach. Hier wird es gleich richtig heiß. Steppt irgendwas nach außen, oder? Bin ich blöd. Geil. Shit. Oh, ich dachte da ist mein Typ. Ich hoffe der hat ihn. Ja. Ihr könnt die Geisel holen. Catch. Geisel ist sicher. Nice. Gut, einfach mal blind geschossen. Nein! Nice! Sei doch blind geschossen. Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Ich hatte meine Cam-Off den Geisel-Typen. Das war geil. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Schutzplatten werden eingesetzt. Und jetzt nicht auf der Regen. Ich bin jetzt klar. Die Geisel-Typen. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Gerät wurde aktiviert. Bereite Willkommenswarte vor. Ziel gefunden. Ich lade ein neues Magazin! Und... Ich habe Sichtkontakt mit den Feinden. Erste Schuss. Oh Gott, hier oben ist einer. Am Fenster, oder was? Ja. Magazin! Oh, zwei am Fenster. Einer von der Frost von der anderen Seite. Ist das krassend. Bin wieder da. Oh Gott sei Dank, Juni. Sorry, die sind im Urlaub. Ja, aber... Was kann man denn sagen außer Jahrzen? Schönen Tag, ich liebe dich, tschüss. Nee, mit Liebe ist nicht mehr. Ich bin in der Gleichstellung. Scheiß Schönen. Spreng noch deine Waffe hoch! Alter, nehm die uns auseinander. Wenn du stehst, stehst du aber schnell weg. Bist du, bleibt da oben? Ich bin da oben oben! Willi, bleib mal weg! Der muss ja herkommen! Ich bin ja hier! Weltersboot. Wenn du steht, steht da. Bill weg. Dann bin ich da oben. Nein, du fette Hure, Alter. Ich bin der festen Meinung, Juni ist schuld, weil Juni die ganze Zeit nicht mit uns geredet hat. Oh ja, oh, guckt der, so ein Easy Boys. Oh, wie ich sie hasse. Uninstall the game, please.